Zu unserem letzten Beitrag. Es war oft eine fantastische Welt, in die wir als Kinder durch unsere Märchen und Bilderbücher eingeführt wurden. Es mutet nicht weniger fantastisch an, wenn wir heute Zeichnungen oder Stiche von uns fremden Pflanzen und Lebewesen der Urzeit sehen. Lebewesen, die vor Jahrtausenden auf unserem Planeten existierten. Überdimensionierte Bäume und Tiere, die es längst nicht mehr gibt. Ich hätte bis vor wenigen Wochen nicht geglaubt, dass es möglich sein könnte, solche Pflanzen und Tiere aus Vorzeiten in unsere Wirklichkeit heute zu holen. Es ist machbar. Unser Bericht von Horstein Heisterkamp zeigt, wie und wo das geschehen ist. Dido Ebner und Heinz Schürch. Zwei Wissenschaftler des Bereichs Forschung und Entwicklung eines der zehn grössten Chemiekonzerne der Welt. Das schweizerische Unternehmen verkauft chemische Produkte und Dienstleistungen in drei Marktbereichen. Gesundheit, Landwirtschaft und Industrie. Es handelt sich wirklich um eine wissenschaftliche, das darf man ruhig so sagen, um eine wissenschaftliche Sensation, wo Sie heute den Schleier lüftet. Das ist bis jetzt unverschluss geblieben. Eine wissenschaftliche Sensation. Sie können Pflanzen so wachsen lassen, wie sie vor Jahrmillionen gewachsen sind. Also Pflanzen, die heute gar nicht mehr so wachsen, konnten sie wieder Jahrmillionen zurückverfolgen. Wie haben sie dort einmal ausgesehen? Und auch da können wir das Geheimnis lüften. Das ist eine Form und an und für sich ist das eine gewöhnliche Wurmform, wie jedermann kennt. Und Sporen von so einer Wurmform haben wir behandelt, wiederum im Elektrofeld und was rausgekommen ist, ist das. Form. Und das ist also eine Pflanze, wo jetzt in dem Jahrhundert und im Jahrtausend ein Sohn noch nie gewachsen ist. Wir haben einen Hinweis darauf, denn es gibt solche Fahnen, wo in versteinerter Form im Boden hinein wieder gefunden werden. Auf diesem Bild sehen Sie eine solche Fahnen und wenn Sie die Blätter anschauen, sehen Sie auch die Übereinstimmung einigermassen. Aus einem Wurmfarn mit seinen gefiederten Blättern war ein Hirschzungenfarn mit rund zulaufenden, zungenartigen Blättern geworden. Einige Sibageige-Wissenschaftler nennen ihn Urfarn. Pflanzen aus vorgeschichtlicher Zeit, vielleicht aus der Zeit der Saurier, vielleicht auch aus der Zeit davor. Die Wissenschaftler können nur Vermutungen anstellen. Jedenfalls ist es ein Zeitsprung zurück in der Evolutionsgeschichte, mit Hilfe von Sporen unseres gemeinen Fahns, also Fortpflanzungszellen aus der Jetzt-Zeit, behandelt in einem elektrischen Feld. Ausgeführt in den Forschungslabors des Basler Chemiekonzerns. Was vor vier Jahren der Öffentlichkeit vorgeführt wurde, ist nur ein Teil der Versuche. Experimentiert wurde auch mit anderen Pflanzen, sogar mit Fischen. Hier Sibageige-Vorstandsmitglied Heimo Brunetti mit herkömmlichen Gewächsproben. Beispiel Mais. In den Schälchen, Kunsterde und Wasser. Maiskörner werden eingelegt. Sibageige-Forscher Heinz Schürch bereitet einen Versuch vor. Statische Elektrofelder. Spannungsfelder, in denen kein Strom fließt. Es herrscht Gleichspannung von einem bis zu mehreren zehntausend Volt, je nach Versuchsanordnung. Was vielleicht Alchemisten vor hunderten von Jahren erträumten, wird hier Wirklichkeit. Der gängigen Lehrmeinung zum Trotz. Eine Nobelpreisverdächtige Entdeckung. Für drei Tage werden die Maiskörner in den luft- und wasserdicht verschlossenen Schälchen in das statische Elektrofeld gestellt. Danach wachsen die Keime wie jede andere Pflanze im Topf oder im Gewächshaus weiter. Das Ergebnis nach normaler Wachstumszeit. Hier ist es ein Beispiel von so einem Mais. Und wenn Sie das anschauen, dann hat er als Besonderheit, dass hier mehrere Kölben, fünf Stück, fünf Stück, auf einem Haufen wachsen, wo normalerweise bei einem Weizen nur eine Kölbe wächst. Der Mais erinnert sich offensichtlich daran, wie er früher einmal beschaffen war. Keine Genmanipulation, keine Chemie. Vermutete Vorteile? Höhere Keimungsrate, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge und hartes Klima, keine Agrogifte. Mais heute. Eingesetzt werden Hybrid-Sorten, also Mischlingsorten, hochkultiviert und hochempfindlich, deren Samen nicht verwendet werden können. Das heißt, der Bauer muss sein Saatgut jedes Jahr neu kaufen, nicht nur für Mais. Die Saatgutproduktion wiederum wird von multinationalen Konzernen der Nahrungsmittel, Agrochemie und Mineralölindustrie beherrscht. Dieselben Konzerne, die auch Dünge, Pflanzenschutz und Unkrautvernichtungsmittel an dem Landwirt verkaufen. Für die chemische Industrie ein Milliardengeschäft. Zum Beispiel auch mit den Sibageigi-Mitteln Gardo-Prim, Dual und Anofix, eingesetzt unter anderem bei Silo und Körnermais. Es ist die Chemie, die die Art und Weise der Landwirtschaft und der Ernährung bestimmt. Spätestens jetzt wird schlagartig klar, was die Sibageigi-Versuche eigentlich bedeuten. Der Basler Chemie-Riese. Umsatz jährlich 22 Milliarden Schweizer Franken. 94.000 Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter verkauft statistisch für 235.000 Schweizer Franken Chemie im Jahr. Forschung am und mit dem elektrostatischen Feld heißt, mit den Augen des Chemiekaufmannes gesehen, muss heißen, Sägen am Ast, auf dem man sitzt. Denn die Forschungsergebnisse zeigen, es geht auch ohne Chemie, zumindest in einigen Bereichen. Was bedeutet jetzt für Sie als Wissenschaftler, als Forscher, die Forschungsergebnisse, dass Sie quasi Leben von Jahrmillionen heute wieder aktivieren können? Das, was die Bedeutung da drinnen könnte sein, ist, dass man da Erbmerkmale, die durch Zucht oder durch Degeneration verloren gegangen sind, wieder können führerholen und wieder können aktivieren. Der in diesem Zusammenhang bisher spektakulärste Versuch bei Sibageigi, diesmal mit ganz gewöhnlichen, überall käuflichen Regenbogenforellen. Im Labor werden dem Weibchen die Eier entnommen. Diese Eier werden künstlich befruchtet und anschließend für vier Wochen einem statischen Elektrofeld ausgesetzt. Versuchsanordnung, wie vorher bei Farm, Weizen und Mais. Herbetswil bei Solothurn in der Schweiz, ein Fischzuchtbetrieb. In einem der Fischzuchtbecken die aus der Behandlung im elektrostatischen Feld hervorgegangenen Tiere. In einem anderen Becken die unbehandelten, normalen Forellen. Gleicher Ursprung, unterschiedliche Fische, der Beweis. Herkömmliche Regenbogenforellen, bekannt aus Fischgeschäft und Restaurant. Zwei bis vier Jahre alt, sie bewegen sich langsam, sind fast zahm. Gleichalte Forellen, hervorgegangen aus dem Versuch mit den statischen Elektrofeldern. Sie sind ein Drittel größer, schwerer, fleischiger, kräftiger. Herkömmliche Regenbogenforellen, Farben, nur schwach zu erkennen. Ober- und Unterkiefer sind nicht besonders ausgeprägt. Sie haben oft nur ansatzweise Zähne. Anders bei den Versuchstieren. Sie haben mehr und stärkere Zähne. Auffallend sind die kräftigen Farben. Bei ausgewachsenen, männlichen Tieren ist der Unterkiefer wie bei Wildlachsen vorn zu einem mächtigen Haken ausgebildet. Die Fischuntersuchungsstelle der Eidgenossenschaft in Bern bezeichnete die Tiere als eine Urform der Forelle, die bereits vor 150 Jahren praktisch ausgestorben war. Eine naturwissenschaftliche Erklärung gibt es bis heute nicht. Weder bei den Forellen, noch bei den Pflanzen. Auch das eine wissenschaftliche Sensation. Wieder zeigt sich, wie vorher bei den Pflanzen, ein Interessenkonflikt bei Sibageigi. Der Verkauf von Medikamenten für die Fischzucht, zum Beispiel Actomar, gehört zum Geschäft. Diese Forellen jedoch brauchen nichts, also kein Geschäft. Europäisches Patentamt in München. Vor drei Jahren meldeten die Schweizer hier das Patent auf ihre Erfindung an. Anmelder Sibageigi, Erfinder, die Gäste aus der Kurt-Felix-Sendung, Guido Ebner und Heinz Schürch. In der Patentschrift heißt es, die vorliegende Erfindung betrifft ein neuartiges Verfahren, welches zu bleibenden nützlichen und wünschenswerten Eigenschaften bei Fischen führt, die ansonsten überhaupt nicht oder nur mit erheblichem Mehraufwand erzeugbar sind. Durch die Einfachheit der Verfahrensmaßnahmen erfährt die Aufzucht von Süß- und Salzwasserfischen eine drastische Verbesserung. Als erstes stellt man eine wesentlich höhere Schlupfrate fest, wobei häufig eine Steigerung von 100 bis 300 Prozent auftritt. Ganz signifikant ist ihre ausgesprochen hohe Überlebensrate. Dies wird umso deutlicher, wenn man auf jede medikamentöse Behandlung verzichtet. Hinzu kommt, dass die behandelten Fische bei gleicher Ernährung wesentlich rascher an Gewicht und Größe zunehmen und für den Verkauf als Speisefische zur Verfügung stehen. Unschlagbare Eigenschaften, ungeahnte Möglichkeiten. Ja, liebe Zuschauer, das ist ein bedeutend wissenschaftliches Ergebnis gewesen. Der Schweizer Chemieriese Sibar Geigy tut, was er kann. Er stellte die Forschung ein. Das Patent ruht jetzt in den Schubladen des Europäischen Patentamtes. Nachahmung verboten. Nach dem Geschäftsbericht ist Sibar Geigy weltweit die Nummer eins beim Pflanzenschutz. Umsatz steigend. Keine Experimente? Forelle blau, wie gehabt? Im Geschäftsbericht steht, das unternehmerische Handeln von Sibar Geigy ist auf langfristige Existenzsicherung hin ausgerichtet. Von den beiden Forschern, die Sie sahen, ist einer mittlerweile pensioniert, der andere arbeitet in einer anderen Forschungsabteilung von Sibar. Es liegt nur nahe zu fragen, was sagt die Firma dazu, zur Einstellung der Versuche? Wir haben vergeblich um ein Interview gebeten, heute Nachmittag aber von der Pressestelle von Sibar Geigy ein Telefax erhalten. Und darin heißt es, Sibar hat diese Untersuchungen inzwischen alle aufgegeben. Es sind keine weiterführenden wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Gebiet unternommen worden, da sie sich nicht mit einem der Schwerpunktforschungsgebiete der Firma zuordnen lassen. Aus diesem Grunde werden in der forschenden Industrie viele, oft interessante Ansätze aus exploratorischen Projekten wieder fallen gelassen. Untertitelung des ZDF für another. Untertitelung des ZDF, 2020